Leutzen, ich bin der Yannick, wir sind hier in der GEME Schweiz und ich bringe euch heute den Lehrberuf Polenmechaniker etwas näher. Den Beruf habe ich gewählt, weil ich damals schon sehr gerne im Werkunterricht mit Liebe zum Detail gearbeitet habe. Für die Ausbildung zum Polenmechaniker bei der GEME bräuchtest du Geduld, Interesse am technischen Handwerk und ein Auge fürs genaue Arbeiten. In der Ausbildung zum Polenmechaniker lernt man unter anderem das Drehen, Fräsen und Schleifen. Für den schulischen Unterricht sind Mathematik, Physik und Geometrie sehr wichtige Bäche. Hier in der GEME Schweiz sind wir alle per Du und in unserer Werkstatt helfen wir uns alle gegenseitig. Nach der Herstellung der einzelnen Teile wird alles zu einem Ganzen zusammengesetzt. Dies war der Beruf Polenmechaniker. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen schmackhafter machen und wir freuen uns auf eure Bewerbung.